Willkommen. Geht's schon los? Ich denke schon. Hallo everybody and welcome. Ich würde lügen, wenn ich euch sagen würde, jedes Mal, wenn ich predige, freue ich mich richtig doll. Ich würde lügen, wenn ich gesagt hätte, dass ich jeden Tag, wenn ich spreche, freue ich mich wirklich sehr. Weil ich das Wort Gottes so unglaublich groß finde und ich habe das Gefühl, ich würde es niemals irgendwie verstehen und rüberbringen können. Ich kann dem nicht gerecht werden. Ist egal. Nichtsdestotrotz sehe ich das als Privileg, hier zu stehen und über das Wort Gottes zu sprechen und über das, was er für mich auf meiner Reise getan hat. Still, I'm excited to be here and speak and have the privilege to speak about the word of God and as he goes along with me on my journey. Ich würde gerne für den Anfang beten. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Vater, I thank you that you're a good father. Dass du uns tief, tief berührst. That you touch us deep inside. Und dass du uns mit dir eins gemacht hast. That you became one with us. Durch Jesus Christus. Through Jesus Christ. Danke, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, dein Wort lesen zu dürfen. Thank you for giving us the opportunity to read your word. Und dass du uns zumindest mal stückweise dein Wort offenbarst. That you open your word up for us. Ich bete, dass du unsere Zeit heute segnest. I pray that you bless our time today. Und dass du durch mich sprichst. That you speak through me. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Amen. So, wir machen weiter auf unsere Reise in Johannes. We continue our journey through Johannes. John. Ah, ja, das war nicht so. Ist okay, ist okay. Also für die, die zuschauen, der Joshua, der ist so lieb. Und er hat spontan sich breit erklärt, zu übersetzen. She's saying that I was so kind to volunteer for translating. So, danke an dieser Stelle. Ich werde mal die Bibelstelle Jesus, der Weg zum Vater. Das ist in Johannes 14. We'll read the Bible verse Jesus, the way to the Father. Und werde dann ein paar Sachen darüber sagen. John 13. 14. Okay. Vers 1. Vers 1. Bis, kann jemand das Englische vielleicht? Can you read it in English after? Sure. I'm done. So, I'm going to tell you. So, das ist die Stelle direkt danach, nachdem Petrus sagt, Herr, wo gehst du hin? Ich will mit dir kommen. Und er sagt ihm, hey, du wirst mich verleugnen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dem Moment, jetzt stellt euch mal vor, Jesus steht vor euch und sagt, ihr wisst, wie sehr ihr ihn liebt. Und er sagt, ich will mit dir kommen. Und er sagt, hey. Chill mal. Du wirst mich verleugnen. Okay. So, just imagine, you're standing in front of Jesus Christ and you say, I want to go with you. You know how much you love him. And he says, calm down. You're going to betray me. You're going to betray me. Deny me. Deny me. That's the word. So, ich kann mir vorstellen, wenn ich Petrus wäre, würde ich ein bisschen Angst kriegen. If I was Peter in his shoes, I'd be a little bit afraid. Und im nächsten Moment sagt Jesus aber, But in the next moment, Jesus says, Das sind jetzt die Versen, die danach kommen. Die brauchst du nicht zu übersetzen. Und jetzt, diese sind die Versen, die folgen. Euer Herz erschreckt nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Soll ich so irgendwas Mikro geben? Kannst du mal. Okay. Okay. You believe in God, believe also in me. My father's house has many rooms. Ja. Nein, nein, das ist gut. Ich will nicht, wo ich gehen muss. Okay, okay. Also, das Erste, was er sagt, um ihn erstmal runterzuholen, damit er weiß, hey, es geht um den Glauben. So, the first thing he says, it's about belief. Es ist nicht, also ich sehe in diesen Versen, hey, erschreck dich nicht, hab keine Angst. He says, don't be scared. Don't have fear. Es geht darum, dass du an mich glaubst und an den Vater glaubst. It's about believing in me and in my father. Im zweiten Vers sagt er, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Two. My father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that? I'm going there to prepare a place for you. Du kannst da bleiben. Ich kann es auch nicht. Du kannst da bleiben. Nein, nein, der kann da bleiben. Da hat er einen. Du musst ja manchmal auch zurückziehen. Wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nennen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wenn ich gehe und ein Platz für euch vorbereite, komme ich zurück und nehme euch, um mit mir zu sein, damit ihr auch, wo ich bin. Hier mache ich mal eine kurze Pause mit dem Vers. Es ist super interessant. Er weiß, wo er hingeht. Und er weiß, was da abgeht. Nicht nur, dass er hierher gekommen ist, um für uns, für die Menschheit, aufs Kreuz zu gehen. Er sagt auch noch, hey, ich gehe hin, um dort alles vorzubereiten, aber ich komme zurück und nehme euch mit. Also, er will nicht einfach nur selber da sein. Er sagt, ich komme zurück, nehme euch mit, damit ihr da seid, wo ich bin. Allein dadurch ist das Verdammnis zwischen den Brüdern gebrochen, weil erinnert ihr euch? Abel und Kain, bin ich denn meines Bruders Hüter? Okay, das war lang. Aber dadurch. So, just through that, he's broken the curse of the brothers, because if you remember, Abel and Kain, the question, am I the protector of my brother? Bin ich verantwortlich für ihn? Am I responsible for my brother? Allein durch diesen Versen, ich fand das so groß. Er sagt, ich komme zurück, nehme euch mit. Jesus ist ja als Sohn, und wir sind ja auch Kinder Gottes. Ich komme und nehme euch mit, damit ihr da seid, wo ich bin. Ich fühle mich verantwortlich für euch. Ich will mit euch sein. Okay, so that's why this verse is so big to me, because Jesus, as one of the children of Christ, which we also are, is coming back, feeling responsible for us, and saying, hey, I'm coming back to take you with me. And so through this responsibility, the curse is broken. Und Vers 4? Vers 4, go over. Und jetzt wird's interessant. Now it's getting interesting. Du kannst auch für einen Moment da bleiben, wenn ich was sage, kannst du von da übersetzen. Achso, okay. Dann kannst du hin und her gehen. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, oder kennt ihr. 4? You know the way to the place where I'm going. Und im nächsten Vers spricht Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Thomas said to him, Lord, we don't know where you're going. So how can we know the way? Und jetzt überleg mal, er geht drei Jahre mit denen durch die Gegend. Und jetzt überleg mal, er geht drei Jahre mit denen durch die Gegend. Er erzählt ihnen vom Reich Gottes. Er erzählt ihnen vom Reich Gottes. Von sich selbst, von dem Vater. About himself, about his dad, his father. Und zwei Sätze davor sagt er, hey, ich gehe zum Vater, da gibt es viele Wohnungen, ich bereite es vor, für euch, und hole euch zu. Und zwei Sätze davor sagt er, hey, there's lots of rooms there, I'm going there preparing them for you. Ihr kennt den Weg. You know the way. Und ein Satz später fragt Thomas, wir wissen nicht, wo du überhaupt hingehst. Wie sollen wir den Weg wissen? Und die Lehrerin kommt natürlich durch bei mir. Es ist super interessant, weil wenn ihr in der Schule seid und als Lehrerin oder Lehrer. Und es ist super interessant, weil wenn ihr eine Lehrerin in der Schule seid. Ihr sagt, schlagt Seite 45 auf. You say something like, hey, open my book to page 45. Drei Sekunden später. Just three seconds later. Fragen die Schüler. And the children ask. Welche Seite? Which page, Miss Javid? Und dann sagst du, Seite 45. And then you repeat yourself, page 45. Drei Minuten später. Three minutes later. Gibt es immer noch Schüler. And there's still children. Die wissen nicht, welche Seite. Die fragen dich, welche Seite, Frau Javid? And they'll ask again, which page, Mrs. Javid? Und dann schreibst du die Seite an die Tafel. And so you break down and write the page on the chalkboard. Zehn Minuten später denkst du, alle arbeiten. Ten minutes later, you think that everybody's working now. Aber es findet sich immer jemand, der nach zehn Minuten, nachdem ich das an die Tafel geschrieben habe, immer nicht weiß, immer noch nicht weiß, an welcher Seite wir gerade arbeiten. And then there's still going to be that one child that doesn't know, even though I wrote it on the chalkboard, which page we are on. Und jetzt könntet ihr euch denken, ja, das sind ja kleine Grundschüler. Das ist normal. And now you could be thinking, hey, that's little elementary school kids. Ich habe schon alle Altersgruppen durch. I've gone through all of them infants to elderly. Und wenn ich in der Konferenz sitze, bin ich genau dasselbe. And if I sit at the teachers' conference, it's all the same. Ich weiß immer nicht, wo die gerade sind. And then it's me, I don't know where they're going. Also wir Menschen sind alle gleich gestrickt. Man liest das und denkt, er hat mir doch gesagt, wo der hingeht. So, dann, aber ihr müsst euch vorstellen, Jesus, ich kann mir vorstellen, und ich habe ja hier zehn Kinder im Haus. Und manchmal denke ich mir so, habt ihr das denn immer noch nicht kapiert? And you have to imagine, I have ten children in this house. And it's the same as in school. Have you not gotten it by now? Und manchmal werde ich wirklich unangenehm, im Ton und im Verhalten. And I can get pretty comfortable with my voice. Yeah. Aber was für eine, ich will gar nicht wissen, wie Jesus sich gefühlt hat. Er wurde verraten, er wird danach verleugnet, das weiß er alles. Er erzählt und erzählt, und die wissen immer noch nicht, wo er hingeht. Und I can't imagine how Jesus felt, because he was betrayed, and he's getting denied. And after all this time of talking to the disciples, they still don't know where to go. Er sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. He says... Oh ja, six. Achso, ja, stimmt. Wollen wir jetzt. Ich bin auch gleich fertig. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Wenn ihr mich erkannt habt, warte kurz, sag. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. If you really know me, you will know my father as well. From now on, you do know him and have seen him. Thank you. That's it. From now. Wir haben ja, letzte Woche hat ja Afshin über diesen Vers gesprochen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. And last week Afshin talked about this verse, I am the way, the truth, the life. Und das ist wirklich sehr groß. Er sagt, ich bin der Weg. And that's really big. He says, I am the way. Also wer quasi in mir ist, auf dem Weg ist, der kennt den Vater, der kennt zum Vater, weil ich bin ja der Weg. And someone who's within me, who's on the way, which I am, that guy, or he's on the way to the father. Was heißt denn in Jesus sein? Now, what does that mean, being in Jesus? Was heißt denn ihn erkennen? Und wenn man ihn erkannt hat, dann erkennt man den Vater. What does it mean to recognize Jesus? Then you will recognize the father. Und jetzt möchte ich mal euch ganz kurz zu dieser Bibelstelle. Geht zu allen Völkern und macht aus ihnen Jünger. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Now, let's jump back to the Bible verse. Go to the villages. Go to the populations. Ich weiß nicht, was es auf Englisch heißt. Ja, zu allen Völkern. Und Jesus sagt hier, wenn ihr in mir seid. Und Jesus sagt hier, wenn ihr in mir seid. Dann werdet ihr Vater erkennen. Then you'll recognize the father. Ich weiß, dass man Taufe immer mit dem Wasser verbindet. I know, baptization is always a thought in the same sentence as water. Aber Jesus sagt, taufet sie im Namen des Sohnes. Was bedeutet das? But Jesus is saying, baptize them in the name of the sun. Das Wort taufen heißt übersetzt eintauchen. The word baptizing is translated to dive in. Also, wenn wir in Sohn eintauchen. So if we dive into the sun. Wenn wir mit dem Sohn eins werden. Wenn wir spüren, was das Herz des Sohnes ist. If we feel what the heart of the sun is. The sun, by the way, not the giant thing in the sky. Okay. Ja, dann sind wir eingetaucht in den Sohn. Du bist genauso verwirrt wie ich. Then we've dived into the sun. That's my son. Ich kann das nicht. Der Sohn, Jesus Christus, ist der Sohn. The sun. Jesus Christ is the sun. Und wenn wir ihn erkennen. And if we recognize him. Dann erkennen wir den Vater. Then we recognize the father. Wie erkennen wir ihn denn? How do we recognize him? Indem wir uns angucken, was für ein Sohn er war. To just look at what kind of son he was. Wenn man sich die Bibel anschaut. If you look at the Bible. Die allererste Stelle, als wenn Jesus als Sohn genannt wird oder gerufen wird. In the first part, when Jesus, where Jesus is called his son. Is die Stelle, wo er getauft wird, rauskommt und dann kommt eine Stimme vom Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und is when he dives in, gets baptized. Johannes der Täufer. John is baptizing him. John the Baptist. I think there's two, right? And he comes back out and he hears this voice from the sky. He's my beloved son that I'm well pleased with. Was hatte Jesus zu diesem Zeitpunkt gemacht? Welche Wunder hat er denn vollbracht? What kind of wonders did Jesus do back then? Weiß das jemand? Anyone know that? Was hat er für die Menschheit getan? So, what has he done for mankind at that point? We heard that he turned water to wine once at age 13 before the baptize. But what has he really done? Nicht viel. Nothing, basically. Also, der Vater nennt ihn sein Sohn, bevor er das alles getan hat. Bevor er in die Wüste geführt worden ist. Bevor er ja gezeigt hat, hey, nichts kann mich aus dem Konzept bringen. Allein, weil er der Sohn ist. Er muss nichts tun. He doesn't have to do anything for that. Das hat Abshin hier schon letzte Woche gesagt. Adam, der dachte, oh, wenn ich von dem Baum esse, dann bin ich für Gott. And that's what Abshin said last week. Let's compare it to Adam. He said, oh, if I eat from this tree, then I'll be one with God. Aber Jesus weiß genau, wer er ist. But Jesus already knows who he is. Er muss nichts tun. He doesn't have to do anything. Er ist da und er ist der Sohn und an dem hat Gott wohlgefallen. He is there. He is the Son and God is well pleased with him. Und wir kennen das von uns. Also, Jesus repräsentiert Gott auf Erden. And we know that from ourselves. So, Jesus represents God on earth. Und hier sagt er ja, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. And here he is saying, if you've recognized me, you won't recognize my father. So, was er sagt im Prinzip ist, ich bin genauso wie mein Vater. And so what he is saying, I'm basically like my father. So, das Witzige ist, das kennen wir auf diesem Erden. And now the funny thing is, we know that here on earth. Jedes Mal, wenn ich meine beiden Brüder sehe, sehe ich, also je älter sie werden, sehe ich noch mehr von meinem Vater hinten. I see more and more of my dad in them. Also jetzt nicht unbedingt die schlechten Eigenschaften, sondern einfach so neutral gesehen auch vom Aussehen. Not just the bad things, just neutrally from a perspective, just the way they look, for instance. Wie sie sich bewegen. How they move. Wie sie die Augen bewegen. How they move their eyes. Und das ist total krass. Crazy. Und wer unsere Familie kennt, wir wollen auf keinen Fall so sein wie unser Vater. And everybody who knows my family history, we don't want to be like our father in any way. Mein Vater hatte viele Kämpfe und war sehr aggressiv und sehr, ja, sehr aggressiv einfach. Hat vieles getan, was nicht okay war. My father was very aggressive. He did a lot of things that we denounce nowadays. And, yeah. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, gerade die Jungs wollen auf keinen Fall so sein wie der Vater, der das alles getan hat. And you can imagine, the boys don't want to be like their father who did all that stuff. Und ich wollte nie wie meine Mutter sein. And I never wanted to be like my mother. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wem ich ähnlich bin. And now guess three times who I'm alike. Meine Mutter. My mother. Ich sehe, also ganz viele sagen, du siehst extrem aus wie deine Mutter. So a lot of people say, you look extremely like your mother. Und Afshin sagt sehr häufig, du bewegst deine Hände wie deine Mutter. Und Afshin sagt a lot of times, you move your hands like your mother. Und Kiana sagt mir, du hast so kurze Beine wie deine Mutter. Und Kiana sagt, your legs are as short as your mother's. Und ich denke mir jedes Mal, ja, eigentlich bin ich wie meine Mutter. Und Joshua sagt, du hast so kurze Beine wie deine Mutter. Ja, das stimmt. Und ich denke, nein, ich will nicht wie meine Mutter sein. Aber Spaß beiseite. Now, jokes aside. Wir müssen nicht viel tun, um wie unsere Eltern zu wirken. Also, ich übe das nicht irgendwie absichtlich, meine Hände wie meine Mutter zu bewegen. Ich bin so, wie ich bin. Und wenn ich ganz normal so bin, wie ich bin. Habe ich viele, manchmal sogar, wie ich Afshin rufe es, wie meine Mutter mein Vater gerufen hat. Und ich bin dann in dem Moment so. Und in dem Moment, ich realize, es ist ein. Aber. Unsere Eltern haben ja gute und schlechte Seiten. Our parents have good and bad sides. Und wir bekommen gerecht von beiden Seiten. Und wir bekommen gerecht von beiden Seiten. Mein Fokus ist da drauf, wir müssen nicht viel tun, um so zu werden. Now, the focus I want to set, we don't have to do a lot to be like that. Und mit Jesus ist das Gleiche. And with Jesus, it's the same thing. Der ist, so wie er ist. He is like he is. Und so wie er ist, ist er so wie der Vater ist. And the way he is, is like the father. Er muss sich nicht irgendwie zwingen dazu. Er doesn't have to put a lot of effort into it. Er ist mit diesem Herzen auf diese Erden gekommen. He came to this earth with the heart of the father. Und er sagt hier. And now he's saying. Wenn ihr, ich bin der Weg zum Vater. I am the way to the father. Wenn ihr, ich bin in dem Vater und der Vater ist in mir. Und wenn ihr in mir bleibt, seid ihr wie der Vater. Seid ihr auch in dem Vater. Also, hier geht es darum, dass wir eintauchen in Jesus. So sein wie Jesus. Und Gott gibt dir Situationen. Wenn du getauft werden sollst wie der Sohn. If you want to be baptized like the Son. Musst du das Herz von dem Sohn bekommen. You have to get the heart of the Son. Und wir singen ganz oft. And all the time we sing. Oh Herr, ich möchte, wenn die Menschen in meine Augen gucken, einfach deine Liebe sehen. I want the people to see your love inside of my eyes. Und wir machen das auch so. And we mean it like that. Und dann schickt Gott Leute. Und dann schickt Gott Leute. Die richtig auf unsere Nerven gehen. Die uns verletzen. Die uns vielleicht. Ich suche nach einem Wort. Kriam hat Gerda nicht müde. Die uns betrügen. Und in dem Moment. Alles was wir sehen. Alles was wir sehen. Ist der Schmerz. Ist der Schmerz. Das ist die Verletzung. Das ist das, was wir fühlen. Das ist das, was wir fühlen. Und ich habe sehr oft zu den Menschen gesprochen. Und habe die Gedanken auch selber gehabt. Und ich habe die Gedanken auch selber gehabt. Und ich habe diese Gedanken gehabt. Ja klar, ich bin ja auch nicht Jesus. Das war Jesus. Das war Jesus. Aber ich bin Elmira. Aber ich bin Elmira. Ich bin Mensch. Ich bin nur ein Mensch. Er ist Gott. Er ist Gott. Da muss ja einen Unterschied geben. Aber das stimmt nicht. Denn in den nächsten Versen. In den nächsten. Ich werde jetzt nicht alles lesen. Geht mal zum Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer an mich glaubt. Der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Okay, du kannst zurückkommen. Nee, da, da war es jetzt. Okay. Na, kommt zurück. Kommt zurück. Also, okay. So. Er sagt, wenn ihr an mich glaubt, wird ihr die Werke tun, die ich auch getan habe. So, he's saying, if you believe in me, you will do the biddings that I have done. Die Werke. Die Werke. Okay. Works. Alles genau. Wenn wir diese Stelle lesen. Ganz ehrlich. Woran denkt ihr, wenn ihr die Stelle liest? Now, if you read this part, what do you think about? Auf dem Wasser laufen. Die kranke Heilung. Okay. Raise the dead, walk the water. Dass die Tote auferstehen durch uns. Heal the sick. Wer von euch hat bei diesem Vers schon mal gedacht, wir gehen genau den selben Leidensweg, den er gegangen ist? Now, who of you have thought we're going the same way of pain that he's gone through? Wer von euch hat gedacht, weil das ist ja auch ein Werk, er wurde betrogen und hat im Betrug geliebt? Which one of you have thought he was betrayed and had love in betrayal? Wer von euch hat gedacht, ich werde verleugnet und in dieser Verleugnung werde ich lieben? Which one of you have thought, I was denied and I've loved through that denial? Jeder von uns denkt, ich werde Wunder tun. Everybody thinks, I'm gonna do wonders. Was natürlich auch mit drin steckt. Which is also part of it. Aber ich kann mir nicht die Sachen rauspicken, die schön sind. Wenn du nicht den Leidensweg Jesu gegangen bist. Wenn du nicht das Bruderherz von Jesus für deine Mitmenschen entwickelt hast. Wenn du nicht das Bruderherz von Jesus für deine Mitmenschen entwickelt hast. Warum erwartest du, dass du die Autorität von Jesus bekommst? Und wenn du mir jetzt sagst, Jesus war Gott, ich bin Mensch. Und wenn du jetzt sagst, Jesus war Gott, ich bin Mensch. Würde ich dir sagen, geh zurück, als er, ich glaube das ist auch in Johannes, als er sagt, Vater, lass den Kelch an mir vorüber gehen. Lass mich nicht durch dieses Leid gehen. Bevor er ans Kreuz geht. I would throw you back to the part where he says, Father, pass the chalice on to someone else. I don't want to go through that struggle that you've prepared for me. Das Leid. Through the sorrow, suffering. Allein an dieser Stelle sieht man, wie viel Schmerz er hat, wie viel Angst er hat. Aber im nächsten Moment sagt er, sagt er, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. In allem, was er tut, ob er Schmerzen hat, ob er sich schlecht fühlt, ob er schläfrig ist oder was auch immer. In allem, was er denkt und tut, in allem, was er fühlt, sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Er geht drei Jahre rum. Er hat kein Haus. Er hat keinen Pool. Er liegt nicht am Strand. Er ist nicht koreanische Hähnchen. Er ist nicht koreanische Hähnchen. Er ist halt richtig locker. Er hat nicht irgendwie Verlangen oder sein Verlangen steht ihm nicht im Wege. Alles, was ihm wichtig ist, ist das, was dem Vater wichtig ist, ist das, was dem Vater wichtig ist. Wenn 5000 Menschen kommen, ist er nicht erschrocken, oh Gott, was soll ich denn jetzt kochen? Sein Herz ist, diese Menschen da zu behalten. Sein Herz ist, diesen Menschen zu dienen. Und er ist nicht erschrocken. Er hat kein komfortables Leben. Wer von euch schon mal in Israel war? Das waren wir letztens. Das ist Wüste. Alles ist Wüste. Jetzt noch. Ich will gar nicht wissen, wie es vor tausend von Jahren war. Ich kann nicht imagine, wie es vor tausend Jahren war. Er geht rum. Unter dieser Hitze. Unter der Hitze. Und das Einzige, was er denkt, sind die Menschen. Und das Einzige, was er denkt, sind die Menschen. Wie willst du seine Autorität bekommen nochmal? Wenn du nicht Füße gewaschen hast. Wenn du nicht Füße gewaschen hast. Wenn du nicht den Menschen gedient hast. Wenn du immer wieder gesagt hast. Aber was ist mit mir? Wer denkt denn an mich? Ich möchte mein Me-Time haben. Jemand hat mit mir letztens Kontakt abgebrochen. Weil ich in meiner Predigt gesagt habe. Dieses Me-Time und komm nicht in mein Leben rein. Und so. Dachte sie, dass sie damit gemeint war. Because she thought that she was meant when I said, oh, I live in my apartment and Me-Time, ja. Me-Time ist Me-Time. I need my E-Me-Time. I need my Me-Time. So hat sie den Kontakt abgebrochen. So she broke off contact. Hat gesagt, du hast mich zum Tee eingeladen. Ich komme nicht. You invited me for tea. I'm not coming. Ich fand deine Predigten immer richtig gut. I always liked your preachings. Aber weil du das gesagt hast und du meinst es mich damit. Ich habe wirklich nicht an sie gedacht, aber sie hat das gesagt. But because you said that and you meant me. Ich werde nicht zu dir kommen. I will not come to you. Und ich werde auch nicht mit dir Kaffee trinken oder Tee. I don't want to drink any coffee or tea. Gut, okay. Dann ist es halt so. Okay. That's how it is. Was ich sagen möchte ist, in der heutigen Zeit und die Christen, ich spreche nicht über die Nicht-Christen, ich spreche über uns. What I want to say that in current times, the Christians, and I'm not talking about the non-Christians, I'm talking about us. Die sind nicht bereit, ihr komfortables Leben aufzugeben. They're not ready to give up their comfortable life. Und ich nehme mich da nicht raus. And I'm not taking myself out of the equation. Wir sind alle irgendwie, haben wir Momente, wo wir denken, ja, aber was ist mit meiner Zeit? We all have those moments. Wer kocht jetzt für mich? What's with my time? Who's cooking for me? Wer macht irgendwas für mich? Who's doing something for me? Herzlichen Glückwunsch, du hast die Autorität abgegeben dadurch. Congratulations, you've given up authority. Wenn Jesus sagt, ihr werdet die gleiche Werke tun, When Jesus says, you will do the same works, redet er auch von seinem Leidensweg. He's also talking about his suffering. Du wirst die Wunder tun, die er getan hat. You will achieve and do the wonders that he has done. Aber erst dann, wenn du sein Herz für die Menschen gefunden hast. But only when you found his heart for the people. Alles, was du tust und lässt, Everything you do or don't, Ist wie so ein Dominostein. It's like a domino piece. Das hat einen Einfluss auf das Leben anderer. This has an effect on the life of others. Und ich sag das nicht, Damit ich euch jetzt schlechtes Gewissen mache. And I'm not just saying that, Because I want you to feel bad. Das ist, glaube ich, das Letzte, Was unser Gott haben möchte. That's the last thing our God wants. Ich möchte euch nur aufmerksam machen. I just want to bring your attention to it. Dass wir wachsam durchs Leben gehen. That we want to go through life With our eyes open. Dass, wenn wir durch Leidensweg gehen. Wenn jemand uns betrübt. Wenn jemand uns verleugnet. Wenn jemand uns verletzt. Wenn jemand uns verletzt. Dass wir es feiern. That we celebrate it. Ja! Yes! Er hatte gesagt, Ich werde dieselben Werke tun. Er hatte gesagt, Dass ich den selben Weg gehen darf. Er hat gesagt, Ich darf jetzt in Jesus eingetaucht werden. I can dive into Jesus. Jetzt werde ich getauft in Jesus. I'm getting baptized in Jesus. Jetzt werde ich das Herz binden Für meine Brüder und Schwestern. I will find the heart For my brothers and sisters. Nicht nur die, Mit denen ich kuschle. Not just the ones I cuddle with. Auch für die, Die mich total scheiße finden. Entschuldigung. But also for those who find me Not so nice. Good job. Er hat mich gerettet. Zumindest international. Wenn du das Herz gefunden hast. Wenn du bereit bist, Alles von dir aufzugeben. Wenn du bereit bist. Und ich kenne das von Eltern. Sarah hat bestimmt Im letzten Jahr Nicht so gut geschlafen. Oder im letzten halben Jahr. And if you're ready To Sarah knows it. She's sitting back there. She probably hasn't slept That good In a few months. Ich glaube, Paul hat 100 Stunden Am Tag mehr gearbeitet Als er sonst arbeitet. I think Paul has worked A few hundred hours More than he should. Or He used to. Or Than he used to. Aber ich glaube nicht Dass sie jemals Zu Lea gegangen sind Und sich bei ihr Beschwert haben. I don't think They ever went to Lea And complained Sleep already Das Herz ist fürs Kind The heart is for the child Und die sind bereit Opfer zu bringen And they're ready To sacrifice Und genau das ist der Punkt And that's the point Wenn du bereit bist Opfer zu bringen If you're ready To sacrifice Wenn du bereit bist Dich nicht von deinen Emotionen Und Gefühlen Hin und her Ziehen zu lassen Wenn du bereit bist Füße zu waschen If you're ready To wash feet Dann Bekommst du auch Die Autorität Die Jesus hatte Then You'll give Or get the authority That Jesus has gotten Solange du das Nicht gemacht hast As long as you haven't done that Brauchst dich nicht Zu wundern Warum du die Autorität Nicht hast Solange du da sitzt Und sagst Aber wer Wächt jetzt meine Füße As long as you're sitting there And asking Who's gonna wash my feet Wunder dich nicht Don't be confused Baffled Das ist normal That's normal No pain no gain Right No pain no gain Ich fass es mal kurz zusammen Ich bin am Ende angekommen Am Ende der Predigt Wenn ihr mich erkannt habt So werdet ihr auch Meinen Vater Erkennen If you've recognized me You will recognize my father Und ich bin im Vater Mit dem Challenge Mit dem Challenge Für wen habe ich ein Herz For who do I have a heart Habe ich das Herz Von Jesus Für die Menschen Um mich herum Bin ich bereit Seinen Weg zu gehen Bin ich bereit In ihm zu gehen Und dass sein Wille Geschehe Nicht meine And so that His will Will happen Not mine Das ist die Frage Mit der ich euch In die Woche schicken möchte Now that's the question I want to give you On your way into the week Und ich möchte beten And I want to pray Vater ich danke dir Für dein Leidensbuch Father I thank you For your way of suffering Jesus ich danke dir Dass du das Herz Für deine Geschwister Hattest hier auf Erden Jesus I thank you That you had the heart For your brothers and sisters Und ich danke dir Dass du es nicht nur Für dich behältst Dass wir in dir eintauchen können Dass wir die Taufe in dir haben können Dass du uns das Herz schenkst Für die Menschen Die auf unserem Weg sind Eröffne du unsere Augen Open our eyes Dass wir alles feiern Was du uns gibst That we celebrate everything You've given to us Den Leidensweg The path of suffering Und die Autorität And the authority In Jesu Namen In Jesus name Amen Amen So bis nächste Woche Till next week Tschüss 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 Tschüss